Der FC Bayern blickt nicht nur auf eine lange, sportlich erfolgreiche Tradition zurück, sondern er ist seit seiner Gründung auch für seine tolerante und liberale Weltanschauung bekannt. Die Fußballfamilie will einmal mehr darauf hinweisen, dass Toleranz in jeder Form in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein muss. Wir alle sind gefordert, dieser Haltung zu leben – auf dem Fußballplatz, in der Kurve und in unserem Alltag. Der FC Bayern hat Fans in allen Ländern, in allen möglichen Kulturen, in allen möglichen Gesellschaftsschichten. Und wenn der FC Bayern solche Werte wie Toleranz und Weltoffenheit nach außen hin transportiert, dann kommt es natürlich auch überall dort an. Und was gerade auch, glaube ich, nicht nur hierzulande wichtig ist, sondern auch gerade in Ländern, wo jetzt solche Werte nicht alltäglich gelebt werden. Es gehört zu den unumstößlichen Menschenrechten, frei leben zu können. Anlässlich des diesjährigen Erinnerungstages möchten wir besonders unserem früheren Präsidenten Angelo Knorr gedenken. Er war als Vorgänger von Kurt Landa maßgeblich an der Entwicklung unseres Vereins beteiligt. Und wir sind ihm bis heute dankbar. Mit Blick auf unser Engagement und als Botschaft an die Menschen, ob es jetzt in den Kurven ist, in Deutschland oder allgemein, kann man, glaube ich, ganz einfach sagen, gib doch, wie du willst. Also das spielt eigentlich keine Rolle, ob man jemanden dasselben oder das andere Geschlechts liebt oder ob sich Leute im falschen Körper geboren fühlen. Das sind immer noch Menschen und ich glaube, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen in einer zivilisierten Welt. Wir wissen, dass unsere Fans diese Welt anschauen und teilen. Das macht uns stolz. Wir alle sind aufgefordert, ein Klima der Toleranz zu schaffen. Am Ende geht es um die Haltung jedes Einzelnen von uns. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen und zu helfen, Vorurteile in der Welt abzubauen. Und darum sagt der FC Bayern ganz klar, wir sind Bund.